ganz ganz kurzen folge art ich habe mir mal meine privaten instagram nachrichten gelesen durchgelesen auch mal mit meinen freunden geredet und da wollte ich euch doch mal was erklären es gibt leute unter euch die wissen nicht die uploaden geht also von dinosauriern das ist jetzt nicht also ihr könnt ihr müsst euch jetzt nicht steinigen lassen wegen sowas das ist jetzt aber dass ich muss anfangs auch nicht und das hier der daher wo auf dem ich gerade reite ist die liebe schizu delta benannt nach ihrem vorbild aus overlord guckt sie euch an wie süß ich liebe die die sind cool da jetzt wohl mit krit bitte überlebt das bitte überlebt das bitte überlebt das bitte überlebt das oh mein gott sie hat überlebt wir müssen zum roten ober ihr könnt auch jeden aufnehmen dass das prinzipiell egal ich befinde mich gerade auf wagnerrock im privaten und genau so uploaden ist diese schüler kolleos hier damit mitte mal so dass ich habe waren dass ich glaube 90 oder so ich habe nicht durch die command das ist na ok jetzt wieder cool aus so folge er mir nun geht's dir gut kurz da kommen wo müssen wir darüber so wir sind am ob ich fall für alle auf anhalten er sieht irgendwie doch cool aus ja das muss man ich nenne jetzt mal sehen wollen wir wollen in anlehnung und hier die dieses mauzi aus pokémon ja das war das ich mochte das nie so ihr geht hier in den transmitter rein er geht ein das könnt ihr auch an jedem tech transmitter machen wenn ihr den bauen könnt ja ihr könnt ihr euren überlebenden hochladen in der mitte geht auf kreaturen da habt ihr die die offen hier müssen alle metallkreis stehen dann geht ihr auf mauzi zum beispiel dann geht ihr auf dieses symbol kreatur hochladen bis sicherst die daten der kreatur hochladen möchtest die dann das wird deine kreatur hier im spiel zerstören sie verliert dann auch ihr gesundes inventar zack da ist es im winter also nächstes ryoko ich habe ich habe mal ich habe noch was hochgeladen für privaten server genau und da ist die zu delta da braucht ihr übrigens auch kein dicken gcm oder so aber ihr müsst wenn ihr wenn ihr den server habt dann solltet ihr doch darauf achten dass ihr daten download angeschaltet habt weil naja sonst könnt ihr mit hier nichts anfangen so die liebe schizu kommt wieder hierhin ist sie nicht wunderschön so genau das war ich auch schon das tolle video mehr müsst ihr eigentlich machen das könnt ihr so oft machen wie ihr lustig seid nur passt auf dass ihr den überblick behaltet na dann bis zum nächsten mal ich hoffe euch hat es gefallen bis zum nächsten mal